Yoho Leute, hier ist der Anti-Basti von GameOS Ultra. Heute wieder eine runde Smite im Assault Modus. Wir haben Humbats bekommen. So, ich kaufe erstmal fix ein. Und dann geht's gleich weiter. So, ein paar Tränke hier. Ja, Leben. Ich will so skillen. Ich mag das Äffchen sehr. So, im Team haben wir Artemis, mich als Humbats, Kumpacana, Athena und Zeus im gegnerischen Team. Sobek, Krama, Sun Wukong, Tyr und Ra. So, die haben einen Heel drüben. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer für uns. Gerade mit Sun Wukong und Tyr und noch den Sobek. Das wird richtig, richtig kacke. Das heißt, ich muss voll auf Penetration gehen. Und ich hoffe, die Artemis macht das auch. So. Ja, wir haben nur den Vorteil, dass wir zwei Tanks haben. Mal schauen, ob uns das irgendwas bringt. Unser Zeus ist ziemlich stark. Also denke ich zumindest. Das ist ein Liga-Spieler. Level 10er Zeus. Das muss das werden. So, aber wir haben Humbats. Das ist so mega. Er kann einfach mal fliegen. Voll fett. So. Mal schauen, was bauen die denn so. Ja, unser erstes Ziel sollte der Ra sein. Den zuerst weghauen. Damit wir freie Bahn haben. So, den holen wir uns. Und, oh Gott, na, das war klar. Das war klar. Egal, wir haben First Blood. Das ist auch nicht schlecht. So, mal schauen, was die anderen jetzt noch machen. Ja, komm, komm, komm. Ja, das läuft doch schon mal gut. Das hab ich natürlich vergessen zu kaufen. Was ziemlich dumm ist. Aber egal. Humbats muss nicht kaufen. Humbats kann fliegen. Das reicht. So. Naja, das wird's. Ich hab meine Ulti vielleicht viel zu früh eingesetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich spring dich noch schön rein. Goodbye. So, so Beck ist tot. You have slain an enemy. Oh, ich glaub der Rama möchte mich. Ne, doch nicht. Ist der Rama dumm, oder warum geht der drauf? Also mal, wirklich, das ist doch total irrsinnig gewesen. Sehr schön. So, immer weiter unter Druck setzen. Oh, kommt. Wir haben nur zwei Tanks. Geh doch mal einen rein. Oder auch nicht. Okay. Okay. So. Okay. Oh, ich muss kurz niesen. Sorry. So. Ja, Lifjob ist ja ganz gut. Oh, was macht die? Was macht die? Meine Ulti ist noch nicht fertig, Leute. Gleich. Drei, zwei, eins. Und jetzt komme ich. Was haben wir noch jemanden hier? Oh, nicht. Oh, Gott. Ach, shit. Shitty, shitty. Egal. 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 Jetzt bekommen wir alles neu hin. 7 zu 4. Das ist super. Ich schick mal meinen Affen. Ne, ich schick meinen Affen noch nicht los. Jetzt aber. Na, natürlich, verfehlt er. Naja, warten wir erst mal 20 Sekunden ab, bis wir wieder Mana haben. 10 Sekunden, füllen wir noch mal ein Affen raus. So, gut. 10 Sekunden haben wir dann auch noch unsere Ulti wieder. Das passt ziemlich gut. Okay, okay, gleich geht's los. Gleich geht's los. Na, ach, das war alles nicht so cool gerade. Ich habe meine Ulti wieder total sinnlos eingesetzt. Komm, ich gehe rein. Komm, 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 komm. Tür, Tür, Tür. Oh, ich habe nichts gesehen. Ach, wie scheiße war das denn? Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Egal. Was habe ich gesagt, das haben die. Erstmal Schuhe. Und das Ding. Obwohl. Obwohl, obwohl, obwohl. Sollten wir vielleicht noch nicht. Ich hole erst mal das Asi. Obwohl, nee. Ah, doch, nein. Ach, ich hole einfach das Asi. Ach, ich kann es noch nicht fuller. Nee, komm, dann hole ich das hier noch. Und ein paar Tränkel. Dann passt das Ding auch. Äh, okay. Den einen Tower haben die jetzt down. Also entweder ich springe jetzt rein. So, jetzt haben wir ein wenigstens den Spasten schon mal weg. Das war extra eine Ulti vergeudet, aber egal. Hm. Oh, Zeus, du solltest lieber zurückgehen. Oh Gott, oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Oh, was mache ich denn, was mache ich denn? Oh Gott. Komm, den so weg, holen wir uns auch noch. Ihr stirbt zwar jetzt. Ach, fuck, egal, egal. Ah, das passt schon. Na, jetzt muss ich natürlich... Scheiße. Mach den Tower klein, ich brauche Gold. Ah. Hm. Ich weiß nicht, was ich mir drin soll. Na, vielleicht kriegen sie es ja noch ein, bevor ich da bin. Ah. Scheiße. 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 Was mache ich? Spare ich? Oder warte ich? Oder? Ach, komm. Risiko. Risiko. Oh Gott, die sterben alle. Leute, bitte nicht. Nein. 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 Oh Gott, ich steck fest. Ach. 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 Jetzt kann ich es mir holen. Scheiße, Mann. Scheiße. Ach, Mist. Aber Heal, das könnte man eventuell noch schaffen. Rickening Curve. Okay, okay, okay. Na, ich habe nur noch kein Geld jetzt. Ich komme. Leute, jetzt mache ich es alle platt. Auf jeden Fall. Ich verspreche es euch. Na, kriegt er einen. So, ich muss ein RAR fokussen. Auf jeden Fall diesmal ein RAR. Aber jetzt vorzugehen, ob es das bringt. Ich weiß nicht so recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achst. Das sah doch nicht schlecht aus. Puh, kann ich jetzt auch nicht viel machen. Nein! Nein! Das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Attack Speed. Das wäre doch eigentlich nicht so schlecht. Oder das Ding. Attack Speed. Ja komm hier. Das nehmen wir. Da habe ich mir noch einen kleinen Trank. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt so passt. Irgendwie... Life Leach hole ich mir dann vielleicht noch. Obwohl es eigentlich nicht so... Naja, ich hole mir das nicht. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich habe schon sechs Mal gestorben. Schlecht. 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 Oh Gott, Leute. 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 Oh nein, da verschwinde ich jetzt mal kurz. Oh Gott, 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 Gott. So, der noch klein hier. Oh Gott. Das war jetzt dumm. Egal, können wir heute noch mal ein bisschen kaufen. So, Gott. Mein Herz. Jetzt aber hier Titan Span. Ah, kommt lieber zurück. Ne, lasst ihn doch in Ruhe hoch. Geht einfach zurück. Oh Gott. Nein, geh zurück. Mann. Ja, bitte. Kommt. Ich bin doch gleich da. Oh Zeus, du darfst nicht sterben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Alli hat getrunken. Dein Mittelphoenix ist unter Attack. Wieso, ich sterbe jetzt? Oh so, ich spring noch weg. Jo. Ein Alli hat getrunken. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nichts machen. Sorry, Leute. Dein Mittelphoenix ist unter Attack. Jetzt müssen wir ihn aus den Affen reinschmeißen. Hier. Dein Mittelphoenix ist unter Attack. Ja? Ach Gott, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, scheiße. Oh, schhh. Oh. Oh, scheiße. Oh komm Zeiss Oh komm Zeiss Ich habe jetzt noch das Ding fertig hier Oh Gott was ein Match ey Oh Gott was ein Match ey Ja aber das ist echt der Heel vom Ra Der die hoch hält Und natürlich Die Verteidigung Von diesen kleinen Kackspachchen So ich will Titanspain fertig kaufen So So Was hole ich mir denn noch am besten Noch was gegen Magisch ne Physisch wär eigentlich noch geil Oder das Ding Oh komm der Ra muss sterben Sehr schön Tanks So ich komme So Ra ist tot das ist sehr geil Ich brauche noch einmal schön Platt reinspringen Oh Gott sterb doch nicht bevor ich da bin Ah Zeiss Mensch Junge Oh da sterben die Nächsten Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ach Leute ey was macht ihr denn nur Für ne Scheisse Du stirbst die ganze Zeit Zeus Ist Ja ich übertreibs aber nicht Oh was Ich kenne das für dich Nein Nein Gerade ruhig weg springen heute Verdammte Scheisse Na gut ihr macht das schon ihr macht das schon ihr macht das schon Das war ein bisschen zu früh Zeugs vielleicht Stirb nicht Macht doch deine Oh Gott So jetzt haben wir das hier fertig Oh Gott Mann 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 Jo Klasse 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 Feuer was das Zeug hält Baby Feuer was das Zeug hält Sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön Ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin gleich da Aaaaah ich bin gleich da Aaaaaaaaah ja ist doch gut ich gehe ja schon ich glaube nicht dass es das bringt beziehungsweise dass es viel bringt na ich weiß nicht was ach das war nur der tja und jetzt und jetzt leute und jetzt ja 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 Okay, jetzt aber Nein! Boah, nein! Verdammte Scheiße Das kann jetzt nicht wahr sein, dass der Reihe jetzt noch alles absahnt Alter, schaut doch mal, ob ich noch in die Reihe Okay, Power, was wollte ich mir jetzt noch? Ach komm, scheiß drauf, ja Sehr schön, wenn jetzt Angriff, 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 Angriff Angriff los, Leute Oh Gott, es wird doch nichts, ach man Scheiße Oh man, das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Oh man, das kann nicht wahr sein Du bist in der Mitte Ja Oh Tja Ja, ganz zur Not habe ich hier meine Ulti drauf, wenn die reinkommen Vor allem auch den Rama Scheiße, Mann Wir halten viel zu viel aus Komm weg hier, weg hier, weg hier Oh, springst du zu mir? Ah, guckst du auch zu mir Ah Da haben Leute hier hinten, ähm, ich kann jetzt nicht so wirklich Habt ihr vielleicht eine Heilung, hallo Irgendwas, eine kleine Heilung für mich, Humbats und so So, jetzt ist unsere Chance Oh, danke Scheiße, jetzt ist hier schon bei Ja, kommt einfach durch jetzt hier Ja, Rama ist da, hm Ja Ja, Rama ist da, hm Ja Oh Gott Scheiße, Mann Das war dumm, das war einfach wie genau das jetzt, ja Ja Ja, ja Das war's Er hat auf euch rumzudrehen, guckt einfach, ähm, lauft einfach, verdammt Ah Kann ich nicht noch irgendwas umändern hier Ah Eigentlich wär, so Physical Protection echt nicht schlecht, obwohl der Ra, der erwischt mich halt immer ziemlich hart Ich hab jetzt 5 Pfeiletränke und die knall ich dann alle rein Oh Your Metal Phhoenix has been destroyed Off you go Oh 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 So jetzt aber mal nach vorne hier, ich hab keine Lust mehr Vorwärts, 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 vorwärts Gutes Schaffen hier, 19 Sekunden, 17 Nacht, das ist nur so weg Yo, dankeschön Oh Leute, 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 ihr könnt euch nicht vorstellen Wie kacke das jetzt für mich war Bitte nicht nochmal so ein Match Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Joho Leute, hier ist der Antibasti von GameOS Ultra Heute wieder eine runde Smite im Assault Modus Wir haben Humbats bekommen So, ich kaufe erstmal fix ein Und dann geht's gleich weiter So, Betränke hier So, im Team haben wir Artemis, mich als Humbats, Kumpacana, Athena und Zeus im gegnerischen Team Sobek, Krama, Sunbukong, Tyr und Ra So, die haben ein Heel drüben Das heißt, es wird sehr, sehr schwer für uns Gerade mit Sunbukong und Tyr und noch den Sobek Das wird richtig, richtig kacke Das heißt, ich muss voll auf Penetration gehen Und ich hoffe, die Artemis macht das auch So Ja, wir haben nur den Vorteil, dass wir zwei Tanks haben Mal schauen, ob uns das irgendwas bringt Unser Zeus ist ziemlich stark Also denke ich zumindest Das ist ein Liga-Spieler Level 10er Zeus Das muss das werden So, aber wir haben Humbats Das ist so mega Er kann einfach mal fliegen Voll fett So Mal schauen, was bauen die denn so Ja, unser erstes Ziel sollte der Ra sein Den zuerst weghauen Damit wir freie Bahn haben Mal schauen, was man noch zu denken So, den holen wir uns Und Oh Gott, ja, das war klar Das war klar Egal, wir haben First Blood Das ist auch nicht mehr Auch nicht schlecht Mal schauen, was die anderen jetzt noch machen Ja, komm, komm Ja, das läuft auch schon mal gut Das habe ich natürlich vergessen zu kaufen Was ziemlich dumm ist Aber egal Humbats muss nicht kaufen Humbats Kann fliegen Das reicht So Naja, das wird Ich habe meine Ulti vielleicht viel zu früh eingesetzt Oh Gott Leute Oh Leute Oh Leute Natürlich springe ich noch schön rein So, Sobek ist tot Ich glaube der Rama möchte mich Ne, doch nicht Ist der Rama dumm oder warum geht er darauf? Also, wirklich, das ist doch Total irrsinnig gewesen Deine mittlere Tauere sind unter Attacken Sehr schön So, immer weiter unter Druck setzen Kommt, wir haben nur zwei Tanks Geh doch mal einer rein Oder auch nicht Okay Okay So Okay Oh, ich muss kurz niesen Sorry So Ja, läuft ja bisher ganz gut Oh, was macht die, was macht die Meine Ulti ist noch nicht fertig Leute, gleich 3, 2, 1 Und jetzt komm ich So, haben wir noch jemanden hier Oh, nicht Oh Gott Ach, shit Shitty, shitty Egal, egal, egal Jetzt bekommen wir alles neu hin 7 zu 4 Das ist super So, ich schick mal meinen Affen Ne, ich schick meinen Affen noch nicht los Jetzt aber Natürlich, verfehlt er Naja, warten wir erst mal 20 Sekunden ab, bis wir wieder Mana haben 10 Sekunden Ich fülle mal ein Affen raus So Gut 10 Sekunden haben wir dann auch noch unsere Ulti Das passt ziemlich gut Okay, okay Gleich geht's los Gleich geht's los Ach, das war alles nicht so cool Ich hab meine Ulti wieder Total sinnlos eingesetzt Komm, ich geh rein Komm, komm, komm Tür, Tür, Tür Oh, ich hab nichts gesehen Ach, wie scheiße war das Fuck Scheiße, 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 scheiße Egal Was hab ich gesagt, das haben die Erstmal Schuhe Und das Ding Obwohl Obwohl, obwohl, obwohl Das sollten wir vielleicht noch nicht Ich hol erst mal das Asi Obwohl, nee Ah, doch, nein Ach, ich hol da einfach das Asi Ach, ich kann's noch nicht fuller Ne, komm, dann hol ich das hier noch Und ein paar Tränkel Dann passt das Ding auch Okay Den einen Tauber haben die jetzt down Also entweder ich spring jetzt rein So, jetzt haben wir wenigstens den Spasten schon mal weg Zwar extra ist eine Ulti vergeudet Aber egal Oh, Zeus, du solltest Die wird zurückgehen Oh Gott, ich muss hier weg Ich muss hier raus Oh, was mach ich denn Was mach ich denn Oh Gott Kommt den so weg Holen wir uns auch noch Ihr stirbt zwar jetzt Ach, fuck Egal Egal Das passt schon Na, jetzt muss ich natürlich Scheiße Mach den Tauber klein Ich brauch Gold Ich weiß nicht Was ich mehr drin soll Na, vielleicht kriegen sie es ja noch ein Bevor ich da bin Scheiße Scheiße Was mach ich Spare ich Oder warte ich Ich komm Risiko Risiko Oh Gott, die sterben alle Leute, bitte nicht Nein Oh Gott, ich stecke fest Ach Jetzt kann ich es mehr holen Scheiße, Mann Scheiße Ach Mist Aber hey Das könnte man eventuell noch schaffen Rücken den Kurs Okay 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 Na, ich hab nur noch kein Geld jetzt Ich komme Leute Jetzt mach ich es alle Platz Auf jeden Fall Ich verspreche es euch Na, kriegt er einen Tod So, ich muss ein Ra Fokussen Auf jeden Fall Diesmal ein Ra Aber jetzt vorzugehen Ob es das bringt Ich weiß nicht so recht Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So, ich sterbe ich jetzt Ja Ach, fuck Mist Mist ey Wo ist seine 3? Warum benutzt er nicht seine 3? Verdammte Axt Das sah doch nicht schlecht aus Puh, kann ich jetzt auch nicht viel machen Nein 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 Das kann nicht sein, Mann Das kann nicht sein Wir brauchen noch ein bisschen mehr Attack Speed So Bitch Blade, hat mir Physical Protection Das wäre doch eigentlich nicht so schlecht Oder das Ding Attack Speed Ja, komm hier Das Nemo Habe ich mal noch einen kleinen Trunk Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt so passt Irgendwie Ein Life Leech hole ich mir dann vielleicht noch Obwohl es eigentlich nicht so Naja, nee, ich hole mir das nicht Trinkt mir jetzt auch nicht so viel Schon sechsmal gestorben, ey Schlecht, schlecht, schlecht Oh Gott, oh Gott, Leute, Leute, Leute Oh Gott, Leute, Leute Oh Gott, 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 Leute You have slipped An enemy has been slaved Double kill Oh Gott, 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 oh Gott oh gott das war jetzt das war jetzt dumm egal kann man halt noch mal ein bisschen kaufen so gott mein herz jetzt aber hier titan spiel kommt lieber zurück ne lasst ihn doch in rüro geht einfach zurück nein geht zurück ja bitte kommt ich bin doch gleich da oh zeus du darfst nicht sterben komm 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 ein ally wurde gespastet, dein mittel phoenix ist unter attack dein mittel phoenix ist unter attack jetzt müssen sie ja noch so n Affen reinschmeißen ach gott geh weg, geh weg, geh weg oh scheisse oh komm zeus ich hab jetzt noch das Ding fertig hier Oh Gott, was ein Match ey Ja, aber das ist echt der Heal vom Ra, der die hochhält Und natürlich, die Verteidigung Von diesen kleinen Kackspastien So, ich will Titanspean fertig kaufen So, was hole ich mir denn noch am besten Noch was gegen magisch, nee, physisch wär eigentlich noch geil Oder das Ding Oh, kommt der Ra muss sterben Sehr schön Tanks So, ich komme Ra ist tot, das ist sehr geil Ich brauche nur noch einmal schön fett reinspringen Oh Gott, sterb noch nicht, bevor ich da bin Ah, Zeus, Mensch Junge Oh, da sterben die Nächsten Oh Gott Oh Gott Ach Leute, ey, was macht ihr denn noch für eine Scheiße Du stirbst die ganze Zeit, Zeus Ja, ich übertreib's auch mal nicht Oh, was Ich kenne natürlich Nein, gerade ruhig wegspringen wollte Verdammte Scheiße Na gut, ihr macht das schon, ihr macht das schon, ihr macht das schon Das war ein bisschen zu früh Zeugs vielleicht Stirb nicht, macht doch Bände Oh Gott So, jetzt haben wir aber das hier fertig Oh Gott, Mann, 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 Mann Jo, klasse Klasse, klasse, klasse Feuer, was das Zeug hält Baby Feuer, was das Zeug hält Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da Ich gehe ja schon, ich glaube nicht, dass es was bringt Beziehungsweise, dass es viel bringt Ach, ich weiß nicht was Ach, das war nur der Ach Tja, und jetzt? Und jetzt, Leute, und jetzt? Ich bin gleich da, ich bin gleich da Dein Team hat ein mittleren Enemie gespürt. Okay, jetzt aber. Nein! Boah, nein! Verdammte Scheiße! Es kann jetzt nicht wahr sein, dass der Ra jetzt noch alles absahnt hier. Oh, zu miss. Alter, schaut doch mal mich nach hinten raus. Oh Gott. Okay, Power, was hole ich mir jetzt noch? Ach komm, scheiß drauf, ja. Sehr schön, und jetzt Angriff, 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 Angriff. Angriff, los Leute. Oh Gott, es wird doch nichts, ach man. Mann. Scheiße. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Du bist in der Mitte. Du bist in der Mitte. Oh. Oh. Tja. Ja, ganz zur Not habe ich hier meine Ulti drauf, wenn die reinkommen. Vor allem auch den Rama. Scheiße. Mann. Die halten viel zu viel aus. Oh. Komm weg hier weg hier weg hier. Oh 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 oh. Oh. Ah, springst du zu mir? Ah, guckst du auch zu mir Da haben Leute hier hinten, ich kann jetzt nicht so wirklich Habt ihr vielleicht eine Heilung? Hallo? Irgendwas, eine kleine Heilung für mich, Humbats und so So, jetzt ist unsere Chance Oh, danke Scheiße, natürlich vorbei Ja, kommt einfach durch jetzt hier Oh Gott Oh Gott Scheiße, Mann Das war dumm, das war einfach die Generalessenz Er hat auf euch rumzudrehen, guckt einfach, lauft einfach, verdammt Kann ich nicht noch irgendwas umändern hier? Eigentlich wäre so Physikal Protection echt nicht schlecht, obwohl der Raal, der erwischt mich halt immer ziemlich hart Was haben wir jetzt von Freiletränkern, die knall ich dann alle rein? Oh Gott Oh Gott So jetzt aber mal nach vorne hier Ich hab keine Lust mehr Vorwärts, 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 vorwärts Gutes Schaffen hier 19 Sekunden, 17 Sekunden Das ist nur so weg Jo Dankeschön Oh Leute, Leute, Leute Ich könnte euch nicht vorstellen Wie kacke das jetzt für mich war Oh man Bitte nicht nochmal so ein Match Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal